Burti Irvine, den kann er nicht halten. Böser Unfall. Ganz böser Unfall, das könnte einen Abbruch geben. Ist das Blanchiment? Der erste Teil vor Blanchiment ist das. Er steigt aus. Er steigt aus. Das ist Irvine. Wo ist Burti? Der liegt da unterm Reifenstapel. Safety Cup braucht es dringend. Mindestens. Mindestens. Ist jetzt bestätigt. Are you okay? Das ist der Funkspruch an Burti. Der ist ohne Flügel da rein. Der hat sich den Flügel abgefahren. Und fliegt ohne Frontflügel da in die Absperrung. Das ist die Gefahr Adennen. Der Irvine kann es auch nicht fassen. Der ist selber da mit beim... Ja, der ist auch richtig eingeschlagen da drüben. Nur hat er sich noch gedreht wohl und Burti ist praktisch ungespitzt. Der vordere Einschlag, das ist der von Irvine. Der hilft am Auto. Das sind dramatische Bilder. Das ist die Wahrheit. Vielen Dank.